Brasilien, den Namen sollte man sich merken, Ulrike avanciert mit ihrer unverkrampften, bodenständigen Art bei Bauer, sucht Frau International zum Publikumsliebling. Warum die Zuschauer sie so lieben? Ich liebe Ulrike, Zuschauer feiern die Bauer sucht Frau International Kandidatin. Bauer sucht Frau International, der weltweit Ableger der beliebten TV-Romanze, ist in die sechste Runde gegangen. Aus zehn ursprünglich vorgestellten Kandidaten sind acht übrig geblieben, sechs Männer und zwei Frauen, die unter anderem nach Kolumbien, Togo, Guatemala oder Portugal ausgewandert sind, wollen mithilfe von Inka Bause, 55, den Mann oder die Frau fürs Leben finden. Und nach Sendung 1 ist bereits klar, wer Publikumsliebling der neuen Staffel ist, Ulrike aus Brasilien. Für Sprüche wie, ich bin ja griffig, bei mir ist ja was dran, da muss man sich keine Splitter einreißen, wird sie gefeiert. Ich liebe Ulrike Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Herzen als Augen, kommentiert etwa Laura Beck, selbst Zuschauerliebling der letzten regulären Staffel. Ich mag Ulrike, frei, ehrlich, humorvoll und bodenständig. Ihr gönne ich persönlich noch einmal ihr Glück, schwärmt ein anderer Zuschauer auf Instagram. Weitere Stimmen ein. Tolle, lustige Frau mit dem Herz am rechten Platz. Ulrike fetzt Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen. Super lustige Frau, mag ich zwei erhobene Handflächen, rotes Herz. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Die verwitwete 57-Jährige ist bodenständig rigoros, trägt ihr Herz auf der Zunge und hat doch einen weichen Kern. Negativität kommt für sie nicht in die Tüte. Ihr Motto lautet, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Daher sucht sie über die Kuppelshow nun einen humorvollen und handwerklich begabten Mann. Äußerlichkeiten sind ihr nicht so wichtig, die Hauptsache ist schließlich, dass die Chemie stimmt. Einsamer Wolf trifft auf störischen Esel. Ist Heiko der Richtige? Ob sie in Heiko aus Bayern genau das findet? Vor der Ankunft des Kempteners muss sie sich erstmal einen Drink können. Es ist aufregend. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal in diese Situation komme. Das ist komplett was Neues, so die Rothaarige atemlos. Und weiter. Schön, dass man das in meinem Alter noch erleben darf. Einsamer Wolf trifft auf störischen Esel, so beschreibt Heiko das ungleiche Paar, das von Beginn an gut zusammenzupassen scheint. Die Zuschauer beschreiben ihn als Bruder von Wiegald Boning, was durchaus treffend ist. Er nimmt sich selbst nicht so ernst, hat einen flapsigen Sinn für Humor. O Ton, Flirten ist mir in die Wiege gelegt. Und vor allem brennt er für Ulrike, für die er so einiges auf sich nimmt, um sie kennenlernen. Über 82 Stunden dauert seine Anreise, die begleitet wird von Pleiten, Pech und Pannen. Der Koffer ist auch noch weg. Bei seiner Ankunft greift er beherzt an ihren Po, und ist auch sonst nicht um einen trockenen Kommentar verlegen. Er ist sich für nichts zu schade, lässt sich von Ulrikes Tocan beißen, putzt anstandslos den Bohnenbrei weg, und trägt unbeeindruckt ihre ausgefallene Garderobe. Nur Ulrike muss sich erstmal an einen neuen Mann gewöhnen, der da plötzlich in Unterhose auf ihrer Terrasse sitzt, und laut eigener Aussage bereits heftige Schmetterlinge im Bauch hat. Seine Flirtversuche nimmt sie nicht so recht wahr. Ob es auch bei ihr noch funkt? Die Zuschauer wünschen es sich auf jeden Fall. Team Ulrike Rotes Herz hoffe, sie findet ihr Glück. Team Ulrike Rotes Herz